wenn wir den ganzen typen mehr zeiten der ja also in den ernsten oder schießt doch auf ihn oder auf dich und meine auf jeden fall er lebt du penner alter ja ja ich habe gerade mit einem pfeil mit ist mit einer axt und mich zurückkommen ich bin oberner 38 auf die achte auf die tür lieblich tür wo kam der denn hier wie kann der kreuzung da zum l gang was denn ich glaube nicht er hat mich ich bin oberner Wie bitte? Wer dich erwischt? Dale, Miep, Miep. Ja, ab. Wenn er schießt wird M61 Munition. Müssen es zwei sein. Ich hab zwei Munitionsarten-Treffer hier. Ich hab zwei Munitionsarten. Nee. Das ist ein Schrotze. Das ist ja. Das ist ja schon. Bastard. Oh, ey, das Schwede, ey. Ich sagte, ein Schuss hat er mich. War wieder nur ein Headshot-Scheiße. Jetzt auf mich geschossen. Und ich sage, ein Schuss hat er mich. Ich sage, ein Schuss hat er mich. Die Frage ist, wo ist er? Ist er über mir? Unter mir? Oh, ich habe jetzt keinen Bock, hier stundenlang zu warten. Ich sehe nur, um zu warten, ey. Kappen. Kannst du ja bis, äh... Bei dem Wetter hier auf die Steine kicken, ey. Die Formation ist ja abgefahren. Ich habe zweimal daneben geschossen. Für Entdeckung, ja. Sehen. Da ist es ja noch. Oh, lol. Tot. Mir macht es aber auch grau, weil es gerade los. Alter, wie? Alter, sind wir ins Braunpunkt gewesen? Wie geht denn das? Ich bin schon oben, ja. Ich gehe nicht auf die alte Construction, wo ich schieße, was. Wo bist du? Rennen, ich bin gerade Brücke, äh, runter. Dann sehe ich ja. Wo hast du mich gesehen? Unter Brücke. Ja, wo du bist du mal. Rechts und durch den Durchbruch, eine alte Construction. Okay. Ich nehme den linken Durchbruch, den ganz linken. Okay. War schuldig, dass bei mir eingeschlagen? Ja, die sind hier irgendwo. Du bist jetzt rechts irgendwo noch, oder? Ich bin rechts an der Baustelle, an dem Zaun mit dem... Sind die vertotet? Wo? Äh, hinten an dem Truck. Ich bin ja den Rucksack in die Verrufen. Wir sind an dem Truck, wo die Uhr drin ist. Bist du links von mir? Ich bin jetzt ganz links von dir. Ich muss ja unbessene Schütz ziehen. Ich kann sehen, dass er tot ist. Ich wüsste da aber nicht. Ja, der war meiner. Ja. 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 Das war mein letzter nicht. Ich vermute, der umläuft uns. Ich bin hier. Ja. Also, wo habe ich ihn erwischt? Wo hast du ihn stand? Lul. Die Apika ist ja doch nicht so scheiße. Ja, Arsten. Nee, ist er ja auch nicht. Man kann sehen aber, dass er über den Scaffor, ne? Geh ich hergucken? Nee, war ein Spieler. Ich war auf jeden Fall ein Lucky Schuss. Das sieht aus sofort. Du bist mal ganz kurz aufgetaucht bei mir? Nee, ich habe noch erwähnt, äh, zwischen Start. Du warst ganz kurz hier. Okay. Jetzt bist du da. Und duk dich, duk dich, gleich duk'n, 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 duk'n. Nein, noch nicht. Ich bin nicht da. Ich sag ja nur, duk'n, duk'n, duk'n. Nein, da läuft schon was. Pass auf, da läuft schon was. Drei Spieler, hin duk'n. Okay. 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 Und links, oder? Einer. Wo ist der andere? Wetter vorne. So, finde ich die Tanks, glaube ich, bis nach links. Wie wackelt hier immer ein Bus, Alter? Der läuft schon in die Garagen. Jetzt wird er gelaufen, ja? Ja, ja, der ist jetzt, äh, zwischen Garagen und Haus rein. Er will ja bestimmt aufs Dach. Oder aus dem Fenster ausschauen. Ja. Die sind, glaube ich, skaff auf ihn. Also, ich bin hier, äh, bei dem Typen, loote den, der Zeige, der Zeige, der Zeige, den zu looten. Und der da nicht oben im Fenster ist, sieht er mir immer nicht. Hier ist noch eine Amor, die schmeiße ich weg. Jetzt bei ihm eh ein Panzer. Oh, scheiße, außer dem Optik, Fettfinger. Wo ist das Gebäude im Blick, wo er rein ist? Oder vermutlich rein ist. Und wo bist du? Ja, wo wir gewohnt sind. Wollen wir mal in den Turm rennen, erstmal in den roten, oder? Ich, äh, eben mal kurz ab. Schau mal, ob er aus dem Setz oder so ausschaut. Schien, die bleiben. Ich, ähm, lieg erstmal unten hier hinten. Links hinten? Ja, ich hab dich gesehen. Du, Assi. Was denn? Nee. Was heißt links hinten? Ich bin von da hinten getroffen. Der ist hier ganz hinten am Turm. Nicht von irgendwo hin. Bist du auf dem Bungel? Nein. Nein. Einer ist auf dem Bungel drauf. Er ist tot? Ja. Ich lege hier. Du bist jetzt da auf dem Bungel drauf. Ja, ja. Okay. Alter, Schwede, das ist aufregend hier. Ach, noch einer? Auf dem Bungel? Gleich Position. Ich hab nicht mehr im Blick. Der ist jetzt, äh, zwischen Bungel und Zaun muss sein. Ich hab nicht mehr im Blick, der ist, äh, zwischen Bungel und Zaun muss sein. Ja, ziehen. Oh. Uni alle. Rastel oder wo ist er? Wiss ich nicht ob er sich hingelegt hat. Tot. ich weiß nicht mehr meine quest neu zu starten das ist ja auch immer eine... das ist wirklich extrem nervig ich weiß nicht, was aufkommt holtkette ok ich bin hier unten durch und dann schaue ich mal oben noch hier den großen medizinraum sag ich mal hier legst du gerade ein wenig du hast den sprung? ja gelohnt hat es sich hier nicht brauchst du noch was? wir planen ja, sofort unten oder oben ich renne unten gleich raus ich schaue noch mal kurz den durchbruch ab da war gleich was rüberkommt oh, hier ist es in der Nähe ich bin raus ich bin raus wo bist du denn? und was? wo? blauer zau da da Nummer eins habe ich wo bist du? bei den Baracken draußen also du bist nicht auf der seite von den Dixi Klos ja doch, ich bin hier bei den Baracken hier bei den wenn du die Tür auf machst, dann siehst du mich ja mach die Tür auf aber sicher nicht ich bin hier ich hüpfe hier gleich ah ja da ja ok wo war er? wenn du unten die Tür raus siehst nach vorne nicht da wo wir hergekommen sind? nach Richtung Baustelle da da in vorne da in direkt vorne du ein kleiner Arsch alter hey alter da wo wir rein sind ist doch wohl Haupt äh die uns zu wie heißt äh nur lese und wir die Rand bist du an der Barke drin oder wo? ja an der Barke ja innen drin bist du ja und wo kommt's gerand? ah se sind 2 2 direkt hab sie weder hier hab ich nämlich schön aufgeschüttet weil der eine wollte grad so die rein hier bewegt sich noch was hier bewegt sich noch was hier ist noch was hier ist noch was hier ist noch was guck bei dir auf der Seite vorne da hinten hat doch immer vorne hinten da irgendwo vorne hinten ey bitte ne am Durchbruch ja ja durch oder da weiß nicht ich hab nur schiffkortiert du bist tot nein nein ich muss mich drin schaß hier kommt wieder was bei mir an der Barke und sagt schon weiter bist du innen drin? ja ich bin in der Baracke alle war draußen das ganze erschießen ja ja ich bin auch deinem blick die tür kontaktion seite wo du raus bist hast du dazu gemacht? nein bin tot von nö weiß nicht von wo der Schuss kam von ihm was? von ihm jaja ich weiß aber nicht woher du sagst schon ja denke ich auch fast hat hier auf dem M855A1-Mutition hat er mich getötet. M855A1-Mutition hat er mich getötet. M855A1-Mutition hat er mich getötet. Mike hat jetzt überlegt, ob ich vorher losrenne, aber ich hatte nicht mehr so viel Muni.